Ich würde sagen, nein und ja. Es gibt sie eigentlich nicht mehr, weil unsere Gesellschaft so mediatisiert ist, dass Medien sich eigentlich bis in den letzten Winkel unseres Alltags eingeschrieben haben, dass wir sie überall nutzen und deswegen gelingt es eigentlich überhaupt nicht mehr, Jugendarbeit ohne Medien zu machen. Sie finden sich immer irgendwo. Zum anderen gibt es sie eigentlich auch nicht mehr, weil die meisten Jugendarbeiterinnen sich auf den Weg gemacht haben und mit Medien experimentieren, sei es nur der Instagram-Kanal, um Angebote zu machen. Eigentlich würde ich aber sagen, gibt es sie immer noch, weil an vielen Stellen immer noch das Nicht-Digital oder das Analoge betont wird als sehr positiv und sich an einigen Stellen noch Jugendarbeiterinnen nicht auf den Weg gemacht haben. Und weil ich auch denke, dass allein Werbung zu machen über digitale Kanäle für das eigene Angebot noch keine digitale Jugendarbeit ist. Für mich liegt der Unterschied darin, dass Jugendarbeit, das mediatisierte Aufwachsen unter den Bedingungen der Medialität in ihr Angebot eindenkt. Das heißt, von innen heraus überlegt, wie können denn Angebote von Jugendarbeit, die Begleitung von Jugendlichen im Aufwachsen denn adäquat mit Medien passieren. Und dann auch zusammen sich mit Jugendlichen auf den Weg macht und überlegt, wie kann das aussehen, wie kann so eine Unterstützung passieren.